Claudia, erzähl doch mal, worum das neue Lied handelt, was wir jetzt haben. Unser neues Lied ist SOS. Es handelt um die Tiere und um die Umwelt, dass wir sie schützen sollten. Ja, also ein ehrischer Song. Da lassen wir jetzt die Musik für einspielen, damit Sie es auch ganz genießen können. Viel Spaß! Musik Ich frag mich, wie konnte das geschehen? Es wird ein Klaus gefühlt. Ich bin ein Mensch, und was geht es nicht an? Ich sag, wir werden hier. Weil es auch noch der Rest der Welt war. Und wie steht hier auch nicht mit? Musik Ein SOS, ein Himmelsschwein, mit unserem Herd ist es bald vorbei. Was macht der Müll im Ozean? Wer hat den Tieren das angetan? So was auch nie mehr geschehen, wir werden mit uns dagegen, wenn wir einfach hier nur zu sehen. Musik Jetzt ist da jeder gefragt, der Fall wird nicht mehr verstanden und wenn wir kurz zum Angeklagten. Musik Wie soll so noch die Fische schwimmen, mit dem Müll und dem Gift? Wir brauchen dafür sehr viele Stimmen, weil es die Tiere sündigt. Musik Musik Werden wir es zusammen schaffen, da muss etwas passieren. Musik Hier dreht sich Handeln und nicht nur Garten. Lass uns da formulieren. Musik Ein SOS, ein Himmelsschwein, mit unserem Meer ist bald vorbei. Was macht der Müll im Ozean? Musik Wer hat den Tieren das angetan? So was auch nie mehr geschehen, wir werden mit uns dagegen, wenn wir einfach hier nur zu sehen. Es ist da jeder gefragt, der Fall wird nicht mehr verstanden und wenn wir kurz zum Angeklagten. Musik Ein SOS, ein Himmelsschwein, mit unserem Meer ist bald vorbei. Was macht der Müll im Ozean? Wer hat den Tieren das angetan? Musik So was auch nie mehr geschehen, wir werden mit uns dagegen, wenn wir einfach hier nur zu sehen. Jetzt ist da jeder gefragt, der Fall wird nicht mehr verstanden und wenn wir schmutz und angeschlagen. Musik Applaus